Servus Freunde, heute geht es um etwas, das aus dem hier, das hier macht. Ihr werdet es schon erraten haben, es geht um Slider. Ich war auf der Suche nach einem Slider, gerade für Produktvideos und Produktreviews ist es immer gut, wenn man sowas hat, weil aus der Hand, ihr habt es ja gerade gesehen, verwackelt es doch sehr. Ich habe dann ein bisschen gesucht und habe dann diese mechanischen Slider gesehen, die kann man schön von Hand hin und her schieben. Es soll ja auch nicht so schweineteuer sein, das Teil muss ja alles im bezahlbaren Rahmen bleiben. Dann ist mir aber einer über den Weg gelaufen von der Firma Andor und das ist ein motorisierter Slider. Und zwar ein ganz besonderer. Und ich würde sagen, nach dem Intro schauen wir uns das Teil mal zusammen an. Bis gleich. So, und hier haben wir das gute Stück, der Andor L4 Pro Video Dolly. Hat einen ziemlich guten Preis, 67, 69 Euro auf Amazon momentan und man bekommt ihn gerade noch mit 5% Rabatt. Also wer da Interesse hat, momentan gibt es die Aktion. Ich weiß nicht, wie lange das immer läuft bei Amazon. Aber es soll jetzt nicht unser Problem sein. Ich würde sagen, wir packen den jetzt mal im mehr oder weniger Schnellverfahren aus und schauen uns das Ding mal an. Hier haben wir schon mal Müll, machen wir weg. Eine Bedienungsanleitung dazu, weg, brauchen wir auch nicht. Dann haben wir ein kleines Säckchen mit einem Imbusschlüssel und einem Ersatzrad für das Gerät. Den Imbusschlüssel, der ist wichtig, mehr oder weniger. Können wir nachher mal schauen. Hier haben wir den Kugelaufsatz. Das ist ganz toll, weil da kann man dann die Kamera auch im Winkel verstellen und drehen. Es gibt auch eine Version ohne. Macht aber meiner Meinung nach keinen Sinn, außer man hat sowas zu Hause. Ich habe es nicht, deswegen den Aufsatz mit dabei. Und das hier ist wahrscheinlich genau der Adapter, um diesen Kugelaufsatz nachher am Dolly festzumachen. Ich schraube das schon mal drauf, lege es mal beiseite. Dann haben wir hier noch ein USB-Kabel zum Laden. Weg. Wir haben eine Fernbedienung dabei. Die ist natürlich sehr wichtig. Legen wir aber jetzt erstmal auf die Seite. Wir haben noch den Adapter für die Kamera dabei, um dann später auf den Kugelaufsatz drauf zu stecken. Legen wir auch mal auf die Seite. Und hier haben wir das schöne Gerät an sich. Karton weg. Wunderbar. So, ich möchte erstmal kurz was dazu erzählen. Der Andor L4 Pro. Der soll ein Gewicht tragen können von bis zu 3 Kilo und dann trotzdem noch fahren. Das hört sich ziemlich fantastisch an, muss ich sagen, für das kleine Gerät. Weil 3 Kilo ist ja schon eine Hausnummer. Er hat einen 1800 mAh Akku verbaut und dieser soll für 6 Stunden Arbeit genügen. Ja, werden wir mal sehen, ob das dann in der Praxis wirklich so ist. Die Fernbedienung, mit der kann man ihn starten, stoppen. Man kann ihn vor- und zurückfahren lassen und die 3 Geschwindigkeiten ändern, die er hat. Und die Geschwindigkeiten betragen einmal 2,4 cm pro Sekunde, einmal 2,6 cm pro Sekunde und einmal 2,8 cm pro Sekunde. Ja, das war es eigentlich schon zu den technischen Daten zu dem Gerät. Er hat als Anzeige hier eine 4-fache LED-Leiste. Da zeigt er euch den Ladezustand an. Und wenn er dann fährt, die Geschwindigkeit. Jetzt zeigt er nur gerade gar nichts an, weil er hoffentlich nicht leer ist. Nein, jetzt. Er hat einen Geschwindigkeitsknopf hier, da kann man die ändern. Das sieht man auch an den LEDs. Das ist Geschwindigkeit 1, Geschwindigkeit 2, Geschwindigkeit 3. Ich kann hier die Richtung ändern, manuell am Gerät. Und ich kann ihn, wie gesagt, an- und ausschalten und habe hier den USB-Anschluss zum Laden. Ich leide da kein USB-C, aber na gut, was erwartet man. Das Teil ist ziemlich hochwertig gefertigt, muss ich sagen. Es fühlt sich wirklich, wirklich wertig an in der Hand. Es ist ein verdammt gutes Kunststoff. Es ist wirklich Kunststoff, fühlt sich aber echt verdammt gut an. Also hat ein nettes Eigengewicht und also wirklich nicht billig gemacht. Also muss ich schon sagen, macht in der Hand echt was her. Ja, jetzt fangen wir mal an, hier mal die Sache noch zu zeigen. Also der Dolly, wenn man ihn so eingestellt hat, kann er nach links und nach rechts fahren. Man hat aber noch die Möglichkeit, an den Rädern hier den Winkel einzustellen. Und damit kann er dann anfangen, Kurven zu fahren. Das testen wir auch alles gleich mal durch. Ich montiere den jetzt einfach mal zusammen. Den Adapter habe ich ja schon am Kugelkopf dran. Das ganze Teil wird jetzt hier drauf geschraubt. Schön fest. Und dann sieht das schon mal so aus. Und jetzt würde ich sagen, ich mache nochmal noch keine Kamera drauf. Wir lassen den erstmal ein bisschen rumdüsen. Dazu schalten wir ihn an dem Hauptschalter an. Gucken wir mal auf, was für eine Geschwindigkeit das steht. Auf 3, also die höchste Geschwindigkeit. Ich ändere das mal über die Fernbedienung. Geschwindigkeit 1, wunderbar. Dann stellen wir ihn mal hier auf den Tisch. Auf gerade eingestellt. Man sieht das auch ganz gut hier an der Anzeige, die da dran ist. Es ist nicht ganz gerade, aber meine Güte, ich lasse ihn jetzt nicht einen Kilometer fahren. Dann schauen wir mal. Dann sagen wir mal, fahr los. Ich fährt jetzt in die rechte Richtung. Jetzt ändere ich direkt die Richtung. Schwupps geht es in die linke Richtung. Also ich muss schon sagen, vom Geräusch her, vom Motor, hört sich sehr schwach an. Der hört sich jetzt nicht so an, als ob der sehr kraftvoll ist. Aber wir werden ja sehen, was er kann nachher. So, ich stoppe ihn mal. Ändere mal die Geschwindigkeit auf 2. Oder hat man auch direkter Motor, dass er dann schneller fährt. Funktioniert also auch wunderbar. Geschwindigkeit 3. Umdrehen. Ja, ganz toll. Also die Grundfunktionen funktionieren schon mal. Ja, muss schon sagen, bis jetzt echt gut. Gefällt mir sehr gut. Jetzt machen wir mal, ich habe mir hier mal von meinem Sohnemann die Kamera ausgeliehen. Und da werde ich jetzt mal diese Adapterplatte dran schrauben, damit wir an den Kugelkopf dran kommen. Und da fällt mir auch schon direkt auf, das ist scheiße. Ja, also das ist jetzt keine Schraube mit einem Flügel dran, dass ich die richtig festziehen kann. Und die ist ziemlich flach. Ich weiß nicht, ob man das sieht hier. Die ist ziemlich flach. Also die richtig festzumachen, nur mit den Fingern, ist nicht so doll. Wenn es mal richtig heben soll, muss man halt mit dem Schraubenzieher ran. So. Jetzt habe ich hier natürlich den Tragegurt noch dran. Aber es soll uns jetzt mal nicht stören. Jetzt stecke ich die Kamera hier oben drauf. Und ziehe das an. Und jetzt ist das halt so eine Sache. Die müsste rein theoretisch jetzt mal in die Richtung zeigen, vom Stativ gekommen. Die müsste in die Richtung zeigen, damit die nicht kippeln kann. Ah, schaut an. Zweimal dran rumgekippelt, schon hat es sich hier aus dieser Halterung gelöst. Ist so eine Art Schraubzwinge hier. Und hier ist auch schon locker. Das ist das, was ich gemeint habe. Ich kann die Schraube mit der Hand nicht so fest anziehen. Also da muss man dann mit dem Schraubenzieher einmal richtig anziehen. Dann hebt es sicher auch. Aber mit der Hand ist das wirklich nicht optimal. Jetzt mache ich sie nochmal drauf. Ziehe nochmal ordentlich an. Schauen wir jetzt mal. Jetzt scheint es zu heben. Ja gut, den Gurt hätte ich auch vorher weg machen können. Aber naja, soll ja nur ein Versuch sein. So und jetzt sehe ich auch schon, hier da die Schraube, die Adapterplatte natürlich nur von Hand festgezogen ist. Jetzt kann ich die Kamera hier schon drauf drehen. Die hat sich schon gelockert. Seht ihr? Das ist natürlich ein Minuspunkt, würde ich mal sagen. Also das gefällt mir nicht wirklich gut. Aber macht er nichts. Ich habe einen Schraubenzieher hier in meiner Schublade. Das ziehen wir jetzt mal kurz ordentlich an. So, dass wir das Gewinde an der Kamera nicht zerstören. Aber einfach, dass das hält. Und befestigen das nochmal auf dem Kugelkopf. So, jetzt ist das gut. Ja, komm, geh aus dem Weg. Und ich fädel das gerade mal hier runter. Ja, und so hält das auch erstaunlicherweise. Ich hatte da ein bisschen Befürchtungen, dass das nicht so sehr stabil ist. Weil insgesamt, die Kamera wiegt ja auch ein bisschen was. Insgesamt hat das jetzt ein gutes Gewicht. Aber man merkt schon, wenn ich ihn natürlich nach vorne kippe, geht es ziemlich schwer. Nach hinten kippen auch. Liegt ja an der T-Bauweise. Wenn ich ihn aber hier so schräg nach rechts hinten kippe, das geht ultra leicht. Also ich brauche ja nur einen kleinen Tipp geben und schon kippt die Kamera um. Das heißt, man muss schon wahnsinnig drauf aufpassen, wie man hier den Schwerpunkt setzt. Am besten immer in Richtung des T-S. So wie jetzt. Und jetzt lassen wir mal mit der Kamera rumfahren. Gucken wir mal, ob das funktioniert. Jawohl. Jetzt die höchste Geschwindigkeit. Halt andersrum einmal noch. Ja und er fährt auch sehr ruhig. Also der Motor eiert auch nicht oder hat irgendwie, macht Anstalten da irgendwie rumzuruckeln. Passiert alles nicht, fährt wirklich, wirklich gut. Bin erstaunt, wunderbar. Ja und ein Radius wollen wir auch mal noch kurz ausprobieren. Und beim Radius geht es halt jetzt schon wieder los. Dadurch, dass ich die Räder hier, ich drehe es gerade mal um, wegknick, wird es natürlich unstabiler. Also da muss man wirklich dann später darauf achten, dass die Kamera nicht blöde sitzt. Ah, auch hier jetzt wieder in die Richtung. Ja, kippt schon recht schnell. Mal gucken, ob es kippt, wenn ich jetzt einfach mal anfahre. Nein, das passiert nicht, weil ich habe es gerade gemerkt, der fährt extrem sanft an. Der bremst nicht ruckartig und der fährt wirklich sehr sanft an. Also wenn die Kamera positioniert ist und sitzt, dann kippelt er auch nichts. Ne, wunderbar. Ändern wir mal die Geschwindigkeit während dem Drehen. Geht auch. Und einmal zurück. So, nein, bis jetzt bin ich wirklich sehr zufrieden. Funktioniert bestens. Und es wird sich dann im Laufe der Zeit zeigen, was das Teil dann wirklich kann. Aber was ich jetzt so auf die Schnelle einfach sehe, ist wirklich, wirklich top. Ah, genau, ich habe sogar noch was vergessen. Hier unten auf der Seite. Das sieht man nämlich. Das sind ja hier diese weichen Gummis, wo er drauf fährt. Und hier ist nochmal ein Gummi. Ja, an jedem Rad. Und das dient dazu. Und das ist genial. Man kann sich natürlich eine Sliderschiene kaufen und den dann auf einer Schiene fahren lassen. Wenn ich mir jetzt noch für ein paar Euro eine Schiene kaufe für das Stativ, dann kann ich es nämlich auf dem Stativ verwenden. Setze den auf die Schiene und lasse ihn dann auf der Schiene fahren. Und schon habe ich einen elektronischen Slider mit Fernbedienung, die sechs Meter weit funktionieren soll. Ja, das werde ich dann auch mal im Laufe der Zeit sehen. Wie lang der Klump hält und wie lang hier diese Gummireder halten, das kann ich jetzt natürlich noch nicht sagen. Das wird sich ergeben. Wir haben ja einen Ersatz dabei. Aber so hochwertig wie das gebaut ist, das ist wirklich, wirklich gut. Vermute ich jetzt nicht, dass das irgendwie schnell kaputt gehen könnte. Also es macht jetzt nicht den Eindruck, billig zu sein. Obwohl er wirklich sehr günstig zu erwerben ist. Also erstaunlich eigentlich für das, was man hier kriegt. Naja. So, ich habe jetzt mit dem Under L4 Pro mal ein bisschen rumgespielt. Und ich muss echt sagen, ist wirklich ein tolles Gerät. Ganz klar, die Sache, die ich erwähnt habe mit dem Kipp-Lick-Sein, ich meine, ist ja nicht so groß. Da hätte man hier hinten vielleicht auch noch einen T machen müssen. Aber dann wäre das mit dem Radius vielleicht nicht ganz so einfach gewesen. Man muss ein bisschen darauf achten, wie man die Kamera positioniert. Und wenn man jetzt ein mordslanges Objektiv oder ein mordsgroßes Objektiv drauf hat, dann kann es schon ein bisschen schwierig werden. Aber ich hatte jetzt nicht einmal ein Problem damit, wenn man die Kamera gescheit positioniert. Dann kippelt da auch nichts. Ja, weil der fährt so sanft an und ja, keine Bedenken, wirklich nicht. Was schwierig ist, ist natürlich, wenn ich eine Kamera drauf mache und will auf was zufahren. Ich drehe den Kugelkopf so und die Kamera sitzt jetzt quasi in die Richtung drauf. Da muss man dann schon ein bisschen aufpassen, weil ich habe ja die Räder nur hier, da hinten nicht. Und dann kann es dann schon mal in die Richtung kippen. Also Fahrten auf Objekte zu wird schwierig. Ist aber auch machbar. Also kriegt man auch hin. Ich habe es probiert, geht, aber da ist es dann wirklich schwierig. Aber seitliche Sliderfahrten, Kreisfahrten, alles kein Problem. Ich habe noch vergessen zu zeigen vorhin oder zu erwähnen, hier sind Inbusschrauben noch. Also wenn man hier einen Radius eingestellt hat, kann man hier auch nochmal festziehen, damit er sich nicht verstellt. Aber habe ich jetzt auch nicht wirklich gebraucht, weil um hier den zu verstellen, braucht man schon ein bisschen Kraft. Also das ist jetzt nicht so, dass man da jedes Mal muss rumschrauben. Wie gesagt, ich habe es nicht einmal gebraucht, aber man kann es grundsätzlich tun. Nachteilig ist die Geschichte hier mit dieser Rändelmutter. Die ist wirklich, ich habe es ja vorhin schon gesagt, ist wirklich schwer festzuziehen. Also ohne Werkzeug, unbrauchbar, hätte man anders lösen können. Aber naja, ich hasse den Spruch normalerweise, aber es ist halt nun mal so, für den Preis ist das in Ordnung. Ich meine, was erwarte ich? Ich habe hier unter 70 Euro und bekomme so ein Teil und kann wirklich tolle Sachen damit machen. Ja, ist top, wirklich für den Preis absolut, absolut top. Die Fernbedienung, ich habe es mal getestet, hat bei mir wirklich 6 Meter geklappt, also knapp vor. Geht man da ein Stück zurück, dann hängt sie mal ein bisschen, geht mal einen halben Meter vor, funktioniert es. Aber ich meine, ich habe eine Fernbedienung und ich stehe auch jetzt 6 Meter hinter der Kamera und sage, jetzt muss ich. Ja, also, ja, mag Menschen geben, die brauchen es oder die brauchen 30 Meter, ich nicht. Für mich ist es völlig ausreichend, kann man machen. Also im Großen und Ganzen, so als kleines Fazit, das Ding ist hochwertig verarbeitet. Es tut, was es soll. Ihr kriegt wirklich schöne, schöne Kamerafahrten hin, ohne Ruckler, ohne was. Ich kann es auf einer Schiene, auf einer Schiene laufen lassen. Ja, ist wirklich eine Kaufempfehlung. Wenn jemand so einen Dolly Slider sucht, den kann er kaufen, da macht er nichts falsch. Und ist ein wirklich, wirklich geiles Teil. So, dann hoffe ich euch hat das Video gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Abonnieren und Daumen hoch nicht vergessen. Bis dann. Bis dann. Abonnieren und Daumen hoch nicht vergessen. Bis dann. Bis dann.